Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Happy Bootstrapping. So schnell vergeht die Zeit. In der heutigen Folge habe ich mit Tobias Paulus von Mind Supply gesprochen. Tobi suchte nach langen und stressigen Arbeitstagen bei einem Online-Broker nach Möglichkeit, sein Energielevel zu erhöhen oder auch einfach nur besser zu schlafen. Und ja, so wurden die Supplements von Mind Supply geboren. Es gibt drei verschiedene Produkte, die in Deutschland produziert und dann im Dachmarkt verschickt werden. Wie das Ganze funktioniert, also die Produkte, die Produktion an sich, warum der Vertrieb über Amazon FBA für ihn ein Game Changer war, warum er einen gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Christoph macht, was Notizbücher für eine Rolle spielen und warum er unbedingt mal in Urlaub gehen wollte. Über all dies haben wir in der aktuellen Folge gesprochen. Und jetzt geht es auch schon direkt los. Viel Spaß! Hallo Tobias, herzlich willkommen! Hallo Andreas, freut mich hier zu sein. Wer bist du und was machst du? Mein Name ist Tobias Paulus, ich bin 32 Jahre jung und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Mind Supply. Du bist zehn Jahre jünger wie ich, nicht schlecht. Was macht Mind Supply? Genau, mit Mind Supply haben wir uns das Thema die mentale Gesundheit auf die Fahne geschrieben. Das heißt, wir durchleuchten dieses ganze Thema mentale Gesundheit, Schlaf, Stimmung, Konzentration und bauen da halt auch einen Social Media Kanal mit rundum auf und haben unsere klassischen Supplements in Kapselform selber entwickelt. Also kein White Labeling Produkt oder sowas, sondern wirklich eine Rezeptur entwickelt, die die Konzentration stärkt, einen besser einschlafen lässt und die Stimmung anhebt. Cool, also das ist ein spannendes Umfeld. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn wir dann beim Produkt ins Detail gehen. Wie lange gibt es Mind Supply schon? Boah, also gegründet haben wir die GmbH 2018. Das war aber ja anfangs ein komplettes Side-Project. Ich sage immer mal so, es hat mit einem Hobby angefangen. Ich habe das damals mit einem Kollegen zusammen gemacht. Ja, man hat sich abends so getroffen, man hat an der Rezeptur rumgedoktert und hat überlegt, okay, was könnte man machen? Und ja, und sowohl wirklich live sind wir seit Anfang letzten Jahres. Okay, und wie seid ihr damals auf die Idee gekommen? Man kommt ja jetzt nicht einfach so auf die Idee, mit solchen Sachen rumzudoktern, wie du es genannt hast. Ja, vielleicht fange ich nochmal vorne an. Also ich komme auch aus einer ganz, ganz anderen Branche. Also ich habe jetzt nicht Ernährungswissenschaften studiert oder sowas. Aber ich, ja, mein alter Arbeitgeber war die FlatX, die Giro AG. Das heißt, ich komme, also habe damals eine klassische Bankausbildung gemacht. Komme aus diesem Finanzsektor. Habe zehn Jahre in dem Bereich Brokerage und Projektmanagement gearbeitet. Also was heißt das? Ganz normale Kundenhandel mit Aktien und im Hintergrund braucht man das ganze Banking-System, die ganze Software. Und da habe ich halt Projektmanagement betrieben, habe Bankensysteme aufgebaut, habe ein Callcenter in Spanien mit aufgebaut. Also sehr bankenlastig. Genau, und irgendwann würde ich sagen, es war halt schon anstrengend. Also man war viel unterwegs, man war wirklich viel am Rumhasseln, ist von Termin zu Termin, sage ich immer so schön. Ja, saß viel im Flieger, saß viel im Auto. Und ja, da bin ich halt mit diesem Thema mentale Gesundheit aneinander gestoßen. Oder habe mich da mit befasst oder befassen müssen. Thema Stress. Und ja, ich habe dann angefangen in einer Zeit, an einem Punkt irgendwie meine Ernährung umzustellen. Irgendwie, weil ich mich nicht mehr so konzentrieren konnte, habe ich angefangen mehr Sport zu machen. Habe angefangen zu meditieren. Habe angefangen mir irgendwie extern Hilfe zu holen, darüber zu reden, darüber zu sprechen. Aber irgendwie hat das Ganze dann doch nicht so gefruchtet oder irgendwie fehlt mir da was. Und dann habe ich mich nochmal mit diesem ganzen Thema Nahrungsergänzungsmittel auseinandergesetzt. Und diesen Stoffen, die halt die Natur für uns bereithält. Und bin dann irgendwie auf dieses Thema Supplements gekommen. Ja, und dann fängt, ich sage mal so, diese klassische Gründerstory an. Dass man irgendwie in den Laden geht, klassisch in den Drogeriemarkt. Man geht rein und ist erstmal so überflutet von diesem ganzen Angebot, was es dann da so gibt. Denn es gibt einfach unfassbar viel. Das ist einfach so. Und ja, ich wusste damals auch nicht, was ist denn jetzt gut für mich? Was hilft mir? Und da fing es tatsächlich an, wo ich mir dann so nochmal mehr Gedanken darüber gemacht habe. Was braucht mein Körper? Ich habe viel gelesen. Was unterstützt mich jetzt bei meiner Konzentration? Was lässt mich besser und schneller einschlafen? Und habe dann so für mich meine Stoffe zusammengesucht und jetzt erstmal platt gesagt in der Excel-Liste gepackt. Und das dann für mich so strukturiert. Weil für mich gab es damals keine Produkte, die mir so zugesagt haben, wo ich was mit anfangen konnte. Also es gab viel, aber irgendwie waren dann die Mengen zu gering. Oder die Heilversprechen zu groß. Wo ich mir dachte, okay, krass, so eine Wunderpillen kann es gar nicht geben. Oder die ganze, ja, es war alles so auf so High-Performer ausgerichtet. Von wegen, hey, wenn du die Pille nimmst, dann bist du noch besser, kannst du noch besser performen. Aber ich wollte irgendwas, was mich einfach, was mich bei meinem Doing unterstützt. Und ich will ja nicht noch mehr performen, sondern ich will ja eigentlich mit dem, was ich tue, besser klarkommen. Und ja, und so ist dann damals die Idee entstanden, eine Firma zu gründen, die Firma MindSupply zu gründen und den Menschen genau dabei zu helfen. Und wie war das von der Reihenfolge her? Ihr habt zuerst mal experimentiert und ausprobiert, was ein Produkt werden könnte? Oder habt ihr erstmal die GmbH gegründet und dann geschaut, was genau wir machen? Weil für euch klar war, ihr macht auf jeden Fall was, nur nicht genau in welche Richtung? Wie war da die Reihenfolge? Also die Idee war da. Also wir wollten was in Richtung mentale Gesundheit machen und haben dann die GmbH gegründet. Das ist auch so, dieser Name MoMeda GmbH ist ein sehr neutraler Name, sollte sich trotzdem medizinisch anhören. Obwohl wir mit der GmbH gar nicht im Vordergrund stehen. Aber genau, die haben den GmbH hinterher gegründet. Und wie groß ist das Geschäft dann heute? Kannst du dazu was sagen? Also wir sind aktuell ein vierköpfiges Team. Wir haben einen Sales Mitarbeiter, einer, die sich um Social Media kümmert, also dieses ganze Instagram. Dann haben wir einen ITler, der uns in Sachen, in so einem Shop-System unterstützt und das ganze Datengetriebene analysiert. Und dann haben wir noch einen Studenten aktuell, der Ernährungswissenschaften studiert. Okay, dann hast du jetzt der Einzige, der dann da einen Background hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Cool. Und sind das dann, also sind das vierköpfige Team, ist das quasi, sind das Personen in Festanstellung dann oder ist es teilweise auch dann Arbeit mit Freiberuflern? Genau, also Festanstellung auch, aber halt auch Freelancer, Freiberuflern, ja. Und wie viele, ja, kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie viele Pakete oder wie viele, wie viele sind ja glaube ich, die Verpackungseinheit ist so eine Dose. Ja, genau. Wie viele verschickt er davon am Tag, in der Woche, im Monat, dass man einschätzen kann, wie groß es ungefähr ist. Jetzt geht es ja schon Richtung Umsatzzahlen und so, ne? Ja, so ein bisschen. Clever formuliert. Ja, ich sage mal so, es steigt stetisch und ja, wir sind optimistisch, dass wir unsere persönlich gesetzten Zahlen das Jahr erreichen werden. Ah, okay. Geschickt ausgeglichen. Aber das heißt, du machst es dann, wie lange machst du es dann selber hauptberuflich? Ich bin Ende 2021 aus meinem Job raus aus der Festeinstellung, habe dann Anfang letzten Jahres bin ich Vollzeit reingegangen, habe dann auch erstmal, ja, die staatlichen Unterstützungen mitgenommen, den Grunderzuschuss, den man beantragen kann. Und genau, das mache ich jetzt seit, ja, letzten Jahres Vollzeit. Cool. Und hattest du dir, wie bist du da vorgegangen? Hattest du dir in deinem jetzigen Job dann, jetzt hast du bei einem Broker gearbeitet, da spart man wahrscheinlich dann in Fonds oder auch in Risikoaktien, ich weiß nicht. Hast du dir was angespart für die Zeit, dass du die GmbH-Gründung finanzieren kannst, dass du, ja, ein Jahr Kapital hast, um durchzuhalten oder wie bist du da vorgegangen? Es war, ja, ich glaube ein Mix aus beidem. Ich habe vorher geguckt, dass ich meine Kosten, soweit es gehe, runterschraube. Also ich konnte jetzt in den letzten anderthalb Jahren jetzt mir keine Luxusreise gönnen, ich könnte jetzt keine Riesensprünge machen oder übertrieben Immobilien kaufen. Also ich habe vorher wirklich geguckt, dass ich alles runterschraube an, weiß nicht, Sparplänen, an, ja, was man halt so macht. Mir fällt gerade nichts Genaues ein, aber dass ich schon mal da gut aufgestellt war. Und klar, habe dann, wenn ich mir was leisten wollte oder mal mit, wenn Leute gefragt haben, hey, hast du nicht Lust, heute Abend was zu unternehmen, dass ich dann für solche Fälle an meine Reserven gehen konnte. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Business. Also wir haben, gerade am Anfang muss man ein bisschen investieren. Also es ist jetzt utopisch, nur wenn man einen Shop online schaltet, dass die Welt auf einen wartet und alle einkaufen. Das ist dann ziemlich unrealistisch und da braucht man auch ein gewisses Budget, um Marketing betreiben zu können. Und das ging dann auch vom privaten Geld da rein. Okay, den Marketing- und Vertriebsaspekt, den würde ich gerne auch später noch ein bisschen beleuchten. Lass mal kurz ein bisschen über das Produkt reden oder ausführlicher, das interessiert mich ja auch schon. Teilweise gibt es ja da auch immer Fragezeichen beim Thema Supplements und was gibt es denn alles für Produkte? Ich habe gesagt, es gibt Mood, Focus und Sleep. Willst du vielleicht kurz dazu was sagen, was da dahinter steckt und was es sonst noch so gibt? Gerne. Also mit Mind Supply, dieses Thema mentale Gesundheit, das war uns sehr wichtig. Und wir sind mit den drei Produkten gestartet. Warum? Weil das ja diesen Tagusrhythmus, den Biorhythmus eines Menschen abdeckt und das die größten Pain Points unserer Gesellschaft sind. Irgendwie jeder Dritte ist gestresst. Jeder Vierte schläft schlecht, also schläft schlecht ein, schläft schlecht durch, ist irgendwie unausgeschlafen, also wacht unausgeschlafen wieder auf. Viele sind unkonzentriert auf der Arbeit, also sind wirklich die größten Probleme unserer Gesellschaft. Also haben wir uns auf diese drei Produkte, Probleme konzentriert. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, zum Beispiel bei unserem Schlafprodukt, wo gibt es Studien oder welche Studien belegen, dass ein gewisser Wirkstoff dich schneller einschlafen lässt oder dich besser durchschlafen lässt. Und diese Stoffe haben wir dann in eine Kapsel geschüttet, in eine Kapsel getan, sage ich mal. Das ist jetzt sehr platt ausgedrückt. Wie eben schon erwähnt, ich bin kein Fachmann. Wir haben uns halt einfach die Sachen in Anführungszeichen zusammen gegoogelt und dann sind wir damit losgerannt zu unseren Produzenten und halt zu Leuten, die halt wirklich Ahnung davon haben. Weil, und das ist auch gut so, in Deutschland darf man nicht einfach irgendwas in eine Kapsel packen und verkaufen und sagen, hier bitteschön, sondern es muss zertifiziert sein, es muss abgenommen sein. Ja, und man darf halt keine Heilversprechen geben und da mussten wir uns natürlich auch rechtlich absichern. Und ja, das haben wir auch mit führenden Experten zusammengetan. Okay. Und die Inhaltsstoffe sind dann komplett unterschiedlich in den Produkten oder sind die teilweise gleich? Sind das alles natürliche Mittel, die in der Natur so vorkommen oder was ist da so drin? Unsere Produkte, da sind überall unterschiedliche Stoffe drin. Klar, das eine ist für die Konzentration, das andere ist für den Schlaf. Bei Fokus zum Beispiel haben wir Ginkgo Biloba drin. Jeder kennt den Ginkgo Baum, also das ist ein Extrakt aus einer Pflanze. Genau das gleiche ist bei Bacopa Munieri, das ist auch eine Pflanze oder Panax Gingseng. Das sind Extrakte, die wirklich aus der Natur gewonnen werden und dann da in unseren Produkten sind. Wir haben aber auch ganz klassische Magnesium da drin. Es gibt Magnesium-Sorten, die sind gut zum Runterkommen und es gibt Magnesium-Sorten, die lassen einen besser konzentrieren. Also die machen uns ein bisschen wacher. Und Magnesium ist in allen drei Produkten drin, aber wir haben natürlich auch so geschaut und so aufeinander abgestimmt, dass man alle drei jeden Tag nehmen kann. Und wie man auch so schön bei dem Branding sieht, die Produktnamen sind ja 08 Mood, 12 Focus und 23 Sleep. Ja, also 8 Uhr morgens, um gut reinzustarten, nimmt man halt Mut. Dann geht auch die Kurve auf dem Label so schön nach oben. Bei Focus ist der Biorhythmus so in der Mitte und bei Sleep fällt es halt wieder ab. Und deswegen ist ja auch unser Slogan mental gestärkt zu jeder Zeit. Okay, verstanden. Und die Dosierung ist dann jeden Tag eine Kapsel? Genau, also drei Kapseln sollte man nehmen, um halt auch auf die Mengen zu kommen. Weil das macht uns auch so ein bisschen besonders. Viele haben auch immer gefragt, drei Kapseln schlucken ist aber so, ist ja schwierig. Viele schreiben auch als Marketing-Gag, also von den Kollegen, ja, 20 Nährstoffe in einer Kapsel, wunderbar, hast du eine Kapsel am Tag, alles ist drin. Das ist ja schön und gut, aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, 15 Inhaltsstoffe in einer Kapsel, das kann halt nicht funktionieren. Weil dann sind dann irgendwann so hämopathische Mengen drin, das liest sich alles fantastisch und man muss nur eine Kapsel schlucken und alles ist gedeckt und wunderbar, aber es kommt halt nichts mehr im Körper an. So und deswegen, klar, man muss drei Kapseln schlucken, das ist für den einen oder anderen auch ein Problem, aber wir sagen halt hier, okay, wir möchten ja auch einen gewissen Effekt damit erzielen, bewirken. Und da bringt es nichts, alles in eine Kapsel rein zu pressen und das alles in ein Drittel weniger, sondern uns ist halt auch wichtig, dass der Kunde den bestmöglichen Effekt verspüren kann. Verstanden. Und ich habe gesehen, überall ist auch das Vegan-Label dabei, aber das ist ja normal, oder? Weil es sind ja alles rein pflanzliche Basis, wie du gesagt hast. Die Inhaltsstoffe, ja. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich aus Kostengründen, aber es gibt wirklich noch viele Anbieter, die Gelantine-Kapseln verwenden. Ah, okay. So und es sind günstiger vermutlich in der Produktion, also sie werden wirklich aus Gründer-Gelantine gewonnen, aber wir haben halt Kapseln aus Zellulose, also ganz normal pflanzlich und deswegen der Zusatz vegan. Also ja, es gibt auch Vitamine oder Extrakte, die auch aus Tieren hergestellt werden, aber bei uns ist wirklich alles pflanzlich und dann auch die Kapselhülle aus Zellulose. Okay. Und du hast initial, glaube ich, kurz erzählt, dass die Produktion in Deutschland passiert. Kannst du dazu was sagen? Wer ist da der Produzent? Macht der das auch für andere Anbieter oder auch für Medikamente dann? Ja, die nennt man Lohnhersteller und zwar ist es bei uns oder es ist uns sehr, sehr wichtig, dass das alles in Deutschland produziert wird, weil kurze Lieferwege, wir können die Leute schnell besuchen, fahren und ja, wir haben halt mehr Kontrolle darüber. Denn wenn man das irgendwie in China produzieren lässt, das ist ja schwierig, aber das sind ganz normale Lohnhersteller, die halt auch für andere produzieren. Man geht dahin mit der Rezeptur und sagt, hör mal hier, ich möchte Vitamin A bis Z in der Kapsel haben oder ich möchte einen Riegel haben und ja, dann haben die die richtigen Maschinen, um das für den Endkunden zu produzieren. Machen andere das dann in China einfach, weil es nur 10 Prozent von den Kosten in Deutschland ausmacht oder ist das, also ist das kostenmäßig so ähnlich wie bei, wie bei Klamotten dann oder wie ist da der Unterschied? Ehrlich gesagt habe ich mir nie Angebote aus China eingeholt, aber es ist ja genau das, also die haben ganz andere Stückkosten als wir hier in Deutschland. Also das wird, das ist genauso wie schon gesagt, wie bei Klamotten, ja, aber das war für uns wirklich gar keine Option. Also wir hatten auch Angebote aus Österreich eingeholt, aber auch da, gut, jetzt kann man sagen, Marketing Technisch Made in Germany, natürlich wollten wir das auch so ein bisschen nutzen, aber für uns ist es einfach wichtig, dass das hier aus Deutschland kommt und nicht irgendwie wieder aus Portugal, China, wie die meisten, ja. Und wie funktioniert das dann, wenn ich, ich glaube, euer Shop ist, glaube ich, ein Shopify-Shop, habt ihr dann ein eigenes Lager, habt ihr einen Fulfillment-Partner, verschickst du aus deiner Garage, so ganz klassisch, wie läuft das ab? Ja, anfangs haben wir tatsächlich, oder was, anfangs, das gute letzte Jahr, also ein Jahr lang haben wir wirklich noch, ja, aus der Garage verschickt, will ich schon fast sagen. Es hatte für mich zwei Gründe, erstens ist es ein cooler Learning-Prozess, eine coole Motivationspeitsche und zweitens habe ich jeden, der bestellt hatte, noch immer eine Karte da reingelegt, mit einem Text handgeschrieben, mit meiner Unterschrift und herzlich willkommen und vielen Dank und, ja, es hatte, ja, dieses Start-up-Feeling wollt ihr einfach mitnehmen, ne? Und, ja, jetzt haben wir einen Fulfillment-Dienstleister und, ja, ich muss dazu sagen, dass auch jetzt das meiste Geschäft über Amazon reinkommt und, ja, wir machen FBA mit Amazon, also die übernehmen die ganze Abwicklung für uns. Okay, können wir dann gleich noch kurz drüber reden. Was für Mengen musst du dann beim Produzenten bestellen? Musst du das dann vorfinanzieren? Wie funktioniert das dann mit so einem Lohnhersteller? Das war am Anfang auch ein Auswahlkriterium, weil die meisten Produzenten, wo du hingehst als Start-up und sagst, hey mal, wir hätten gerne, ich sag jetzt mal, 100, 200 Dosen von jedem Produkt, dann sagen die Tschüss, komm in drei, vier Jahren wieder, weil die wollen Mindestmengen von, weiß nicht, 2.000, 3.000 Dosen pro Produkt haben und das, ja, dann sind wir dabei, weil Kosten, ja, von 20.000, 30.000 Euro. Und gerade als Start-up, was man ja erstmal so ein bisschen, ich sag mal, probieren möchte, sich rantasten möchte, ist es unmöglich zu finanzieren, weil die wollen natürlich auch alles per Vorkasse haben, die kennen einen nicht, Unternehmen ist frisch gegründet und die sagen, ja klar, gib uns erst die Kohle, dann fangen wir an zu produzieren. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar, aber wir mussten uns da, also wir mussten dann für uns einen Produzenten suchen, der sagt, okay, wir gehen mit euch den Weg und wir, ja, lassen die Hürde relativ, also die Schwelle ganz weit unten, relativ weit unten und geben euch eine niedrige MOQ, wie es so schön heißt, also Mindestbestellmenge und da haben wir anfangs, ich glaube, es waren 500 pro Produkt, mussten wir dann doch bestellen, was für uns, ich möchte jetzt nicht unseren Einkaufspreis geben, aber was für uns natürlich trotzdem eine riesige, ja, ein riesen Batzen Geld war, ne? Musst es da einiges in Vorleistung geben, sozusagen. Ja. Und verkaufen du das, die Produkte aktuell dann nur in Deutschland, im Dachmarkt oder auch im Rest von Europa? Also wir haben jetzt mit Deutschland angefangen und ja, wir weiten das langsam aus, also jetzt Österreich, also mit Amazon ist es noch ein bisschen einfacher, aber wir haben jetzt den Fokus auf Deutschland und auf die deutschsprachige Region, also Deutschland und Österreich, ja, den Fokus auf Deutschland und Österreich gelegt. Okay. Im Shop habe ich auch gesehen, dass ihr eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Ich glaube, ich hatte mit der Johanna, mit dem 8 plus 1 Schaumwein auch gesprochen. Da gibt es auch eine Rücksendemöglichkeit, da habe ich mich auch schon gefragt, wer schickt denn den Wein zurück? Wie funktioniert das bei euch? Kommt das in der Praxis tatsächlich vor? Hat dann da jemand das halbe Päckchen schon leer und sagt, naja, schmeckt mir doch nicht so, ich möchte gern mein Geld zurück oder wie sieht es in der Praxis aus? Also wir haben es gemacht, weil wir von den Produkten halt überzeugt sind und wir einfach sagen, okay, das ist, also klar, sollte natürlich auch diese Hemmschwelle, den Kauf zu tätigen, sollte irgendwie runtergesetzt werden. Aber wir sind einfach von unseren Produkten so überzeugt, dass wir sagen, hey, wir geben dir 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, solltest du irgendwie nicht zufrieden sein oder man meint es einen Nebeneffekt davon zu kriegen, dann schick uns einfach die Dose zurück. Sprich, eine E-Mail reicht und genau, einfach an uns zurückschicken und wir statten den vollen Kaufpreis zurück. Das machen wir. Ja, und es ist schon mal vorgekommen, aber die Leute finden es toll und wir können dazu stehen, also es funktioniert. Okay, cool. Thema Technologie oder Tech-Stack. Ich glaube, ich habe Shopify gesagt vorhin, habe ich, glaube ich, richtig mir angeschaut, oder? Was nutzt ihr da und was habt ihr sonst noch so im Einsatz? Also wir nutzen, genau, Shopify und ja, haben da natürlich einzelne Tools, die uns unterstützen, aber das ist unser, ja, unser Hauptprodukt. Und der Shopify-Shop hat dann eine Anbindung an euren Fulfillment-Dienstleister und auch an Amazon dann? Genau, also wir haben Apps, eine Bewertungs-App ist da drin, Bilbi ist da drin. Jetzt fragst du mich natürlich was, ne? Ja, du hast ja auch den ITler erwähnt, wahrscheinlich kümmert er sich so gut rum, dass du dich keine Probleme machst. Gewisse Sachen musste ich einfach abgeben, aber genau, er hat das wunderbar am Griff und ich bin auch sehr froh, ihn zu haben. Und immer wenn ich sage, Mensch, das wäre doch cool, dann ist er die Person, die das wirklich ziemlich zügig umsetzt. Also ja, ich bin sehr dankbar. Thema Vertrieb und Marketing, da kommen wir jetzt direkt dann rüber. Du hast vorhin ein Newsletter erwähnt und das würde mich natürlich auch mal schon interessieren, wie verkauft er denn das Produkt jetzt aktuell? Also du hast Amazon angesprochen, macht es dann jetzt mittlerweile 70, 80 Prozent von den Verkäufen aus? Ich schwenke zurück, also ich habe ja auch den, wir haben den Shop online gestellt damals und es war irgendwie die größte Illusion, dass, wenn man den Shop online stellt, dass die Verkäufe da irgendwie automatisch reinkommen und dieses ganze Thema Marketing habe ich wirklich komplett unterschätzt. Ich meine, jetzt ist mal einmal der Bubble drin und jetzt kriegt man noch bei Instagram tausend Videos und irgendwelche Leute, die einem da irgendwie irgendwelche Coachings verkaufen wollen und irgendwelche Seminare. Also ich weiß und irgendwelche Agenturen kommen auf einen zu, wir haben am Anfang wirklich auch super viel Lehrgeld bezahlt. Sind auch, ich sage es einmal so frech, auch auf Agenturen reingefallen, die einem irgendwas versprochen haben. Und dann wahrscheinlich auch so die Not der kleinen Startups ausnutzen und dann irgendwelche Lehrern und Versprechungen geben. Ja, haben wirklich letztes Jahr sehr viel oder die letzten anderthalb Jahre viel ausprobiert. Sind dann, haben auch Amazon versucht irgendwie Fuß zu fassen, auf die Plattform zu kommen, aber ich habe es wirklich zwei, drei Mal versucht und nicht geschafft. Die haben uns immer wieder runtergeschmissen. Die wollten immer irgendwie Zertifikate haben, die wir erstmal nicht hatten. Dann haben wir die extra anfertigen lassen, dann haben sie uns wieder runtergenommen, dann wollten die das nächste Zertifikat haben. Was einerseits gut ist, weil die dadurch so einen gewissen Qualitätsstandard schaffen, aber für das Startup super undurchsichtlich ist und man hat irgendwie keinen Kontakt und keinen Support bei Amazon. Das war für uns unfassbar schwierig. So und jetzt, dann sind wir halt trotzdem am Ball geblieben und haben es jetzt doch eines Jahres auf die Plattform geschafft mit unseren drei Produkten und das war tatsächlich ein kompletter Game Changer für uns. Denn ich würde sagen, also ja, 80, 90 Prozent kommt jetzt aktuell über Amazon. Und ranken die Artikel dort dann organisch so gut oder schaltet die dann auch, ich glaube, wie heißt das, Amazon Ads oder sowas, Werbung dort für die Produkte oder funktioniert das einfach so? Einfach so wäre schön. Es ist auch da ein Riesendank an unseren ITler, der da viel Hirnschmalz reingesteckt hat. Also man muss da seine Nische finden. Es gibt gewisse Tools, die einem helfen, gewisse Keywords zu finden und die Tools zeigen einem Chancen, wo man irgendwie noch irgendwie Potenzial hat oder die Chance hat, nach oben zu ranken, organisch. Und mit diesen Keywords, ja, sind wir jetzt organisch weit oben und schalten auf Werbung und das funktioniert sehr gut. Okay. Und für die, wo jetzt das Modell nicht verstehen, ihr schickt quasi eure Artikel in ein Amazon Logistics Lager und die machen das Packaging und den Versand für euch. Das ist ja Amazon FBA, korrekt? Genau. Also es gibt ja zwei Arten bei Amazon. Entweder man verschickt es selber. Das heißt, die Order kommt über Amazon und einer hier muss dann bei uns rumrennen und das Produkt verschicken. Oder halt, man schickt halt die Artikel dahin in größeren Mengen und Amazon übernimmt die komplette Abwicklung. Das heißt, Order kommt rein, die verpacken für dich, die verschicken für dich und ja, das ist eigentlich ganz smart. Aber man zahlt das natürlich alles. Das ist natürlich auch die Kehrseite der Medaille. Amazon nimmt ihre, also seine 15 Prozent für Supplements pro Bestellung. Amazon nimmt Lagergebühren und halt Versandkosten. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und das dann aber auch schon wahrscheinlich, keine Ahnung, wo wirst du da landen? 20, 25 Prozent dann? Ja, locker. Was die jetzt, okay. Und sind die, wenn ich jetzt mir die Artikel, ich habe mir das auf Amazon nicht angeschaut, aber ich werde es auf jeden Fall verlinken, kosten die das Gleiche dann wie bei euch im Shop oder habe ich einen Preisvorteil, wenn ich es sogar bei euch im Shop bestellen würde? Also die kosten das gleich auf Amazon und bei uns im Shop hat man natürlich dann einen Preisvorteil. Man kann sich zum Newsletter anmelden, man kann mich auch privat anschreiben, dann kriegt man auch eine Antwort oder einen Rabattcode zugeschickt. Man kriegt regelmäßige Aktionen, auch hier, ich sage mal, zu bestimmten Anlässen, dann kriegt man halt schon mal 20 Prozent Rabatt. Und das kann man halt auf Amazon nicht mehr so, also kann man halt einfach nicht machen, da bleibt ja gar nichts mehr über. Es funktioniert einfach nicht. Klar haben wir auch am Anfang, da gibt es auch diese Coupons, aber da reden wir über Prozentsätze von 5 Prozent, weil es funktioniert halt sonst nicht mehr anders. Aber long term sollte es halt schon das Ziel sein, die Kunden in unseren Shop zu holen. Und funktioniert das? Das hätte mich jetzt mal interessiert. Also schaffst du es, jemand, der das erste oder die ersten zwei Mal dann bei Amazon bestellt hat, dann zu euch in den Shop rüber zu holen? Ich kann es gerade nicht proaktiv beeinflussen, aber wir merken schon, dass durch diese ganze, durchs Amazon-Geschäft natürlich dann auch die Zahlen im Shop steigen. Weil wir schalten Werbung, die Leute sehen ein. Mittlerweile ist Amazon so nett und deklariert Kleinunternehmen bei den Produktbildern. Das heißt, wenn man durch den Produktfeed scrollt, sieht man direkt, okay, das ist ein kleines neues Unternehmen. Ich bin ja auch so ein Typ, wenn ich sehe über Amazon, hey, das ist ein Kleinunternehmen oder, Moment, vielleicht gibt es das ja irgendwo anders günstiger, dann google ich erstmal. Und ich weiß mittlerweile, was Amazon für ein Riese ist und ja, da unterstütze ich doch mal ganz gerne vielleicht in einem anderen Online-Shop oder direkt bei dem Anbieter, wo ich dann nochmal Prozente bekomme. Ja, okay, verstanden. Ah, das heißt, die Reise oder die Journey ist dann, ich mache das Discovery of Amazon, mit ein bisschen Glück bestelle ich dann das nächste Mal bei euch oder abonniere den Newsletter, weil ich dort den 10%-Gutschein habe oder habe ich gesehen, glaube ich, gibt es unten. Ja, genau. Und dann bleiben die Kunden dann bei euch im Shop. Das wäre auch cool. Okay. Was habt ihr sonst noch für Verkaufskanäle? Ich habe gesehen, es gibt auch einen anderen Marktplatz, Natura, wie hieß der, fällt mir gerade der Name ein, der eure Artikel verkauft. Verkauft ihr sonst noch wo außerhalb von Amazon? Andere Marktplätze? Ja, also Pagra Natur meinst du, glaube ich, gerade. Ja, genau. Die viele Naturprodukte anbieten, auch Öle und so weiter. Da passen wir sehr gut rein. Ja, klar, wir haben damals oder damals letztes Jahr viel Sales betrieben. Das heißt, wir sind auch auf kaufland.de gelistet, auf ebay.de gelistet. Wir sind andere Supplement-Stores gelistet, also die generell vitaminwelten.de. Und ja, so haben wir damals, ich sage mal, Kaltakquise gemacht, jeden Shop in Deutschland angeschrieben und gefragt, ob sie unsere Produkte aufnehmen wollen. Ganz klassisch. Zusätzlich natürlich noch, ja, das lokale Geschäft gestärkt. Also ich bin hier durch den Ort gelaufen, habe gefragt, ob ich ein paar Flyer da lassen kann. Und ja, dann halt auch klassisch beim Friseur werden unsere Produkte verkauft oder im Beauty-Salon hier nebenan. Aber das sind jetzt natürlich keine Touchpoints oder keine Verkaufsstellen, die jetzt einen riesen Umsatz bringen. Aber ich sage mal, für das lokale Branding, ja, tut es schon ganz gut. Mhm. Und was habt ihr sonst für Traffic-Quellen? Habt ihr, glaube ich, auch ein Instagram-Feed? Macht ihr sonst noch Social-Media-Werbung oder wo erreicht man denn die Käufer dann noch? Also aktuell primär Instagram. Kein TikTok, kein Twitter, kein Facebook, Meta? TikTok arbeiten wir dann. Okay. Und über Suchmaschinen, Suchmaschinen-Optimierung, ist das eine Traffic-Quelle für sowas oder gibt es dazu zu viel Wettbewerb dann in dem Umfeld? Ja, also wir haben unsere Seite auch SEO-Optimiert, klar. Wir haben auch mit dem Blog angefangen. Da werden jetzt regelmäßige Blogartikel veröffentlicht. Und da gilt das Gleiche natürlich wie bei Amazon. Man muss da die Nische finden, um halt bei dieser, ich sage mal, beim riesigen Überangebot, bei der riesigen Konkurrenz die Nische dann halt zu finden. Und dann halt auch seine Keywords zu finden, wenn man organisch bei Google gefunden wird. Ja, und das ist auch ein langfristiger Prozess dann. Klar. Aber das finde ich auch immer so charmant, gerade so Blogartikel, wenn die einmal auf der Seite sind, dann man muss halt nur einmal Geld ausgeben. Und wenn man jetzt bei diese Paid-Ads, die es so gibt bei Meta und Co., das Geld ist dann halt erstmal weg. Auch gerade da, wenn man Anzeigen geschaltet hat, das Geld ist weg. Und bei diesen Blogartikeln finde ich es halt schön, dass man halt nachhaltig da so ein bisschen sich was aufbauen kann. Gibt es denn außerhalb von den digitalen Kanälen dann, du hast kurz das Thema Friseur oder Druckerin noch angesprochen, gibt es dort Zeitschriften oder Publikationen, wo du dann auch klassisch analog Werbung machen könntest für das Produkt oder für die Produkte? Ja, haben wir auch einiges versucht. Also wir sind mal über ein Massenmedium gegangen, aber da war die Resonanz sehr verhalten. Also das war so ein Käseblatt, was eine Auflage von 20 Millionen. Also wirklich ein Riesending. Aber auch da irgendwie als Brand, die noch nicht Fuß gefasst hat, die noch keiner kennt. Ja, es passiert halt nichts. Und ich kenne es ja auch von mir. Also ich bin jetzt auch nicht so die Zielgruppe, wenn ich irgendwas noch nie gesehen habe, dann beim ersten Touchpoint, also ich kaufe ja nicht einfach so intuitiv irgendwas, was ich gar nicht kenne. Und das mussten wir auch erstmal lernen. Also dann sagt einer hier 20 Millionen Auflage. Ja wunderbar, das muss ja funktionieren. Und dann rechnest du rum und dann nur bei einer Conversion von 0,05. Dann hast du ja schon den Umsatz. Das ist ja Wahnsinn. Ja, nicht ganz so einfach. Auch ein Learning. Aber es war natürlich fürs Branding eine gute Sache, ja. Die Conversion war dann deutlich schlechter als die 0,05, meinst du? Leider ja. Okay, verstanden. Jetzt arbeitet ihr ja mit dem Produzenten zusammen und habt aber ein Bootstrapped-Business aufgebaut. Hat der Produzent dann mal Interesse signalisiert, dann auch in euer Produkt selber zu investieren? Oder gab es außerhalb davon mal Angebote von Investoren, Business Angels? Ist das was, was bei euch da ankommt in dem Umfeld? Also unser Produzent nicht. Ich glaube, dafür sind wir einfach noch zu klein. Oder für ihn, er sieht sowas ja tagtäglich, wahrscheinlich wartet er erstmal ab. Aber wir sind natürlich mit vielen anderen Menschen, Menschen oder mit Euro-Ministoren in einem Austausch. Aber die Prozesse dauerten halt länger. Und aktuell sind wir wirklich bis auf einen kleinen KfW-Kredit sind wir wirklich bootstrapped unterwegs. Ah, KfW-Kredit. Was habt ihr da gemacht? Ist das was, was dann bundeslandspezifisch ist oder was national ist? Was gibt es da? Also das weiß ich gerade gar nicht genau. Das waren diese 50.000 KfW-Kredite. Ich glaube, das ist NRW-bezogen war das damals. Ja, aber die, also 50.000 hört sich erstmal so viel an. Aber wenn man dann einmal die Ware nachbestellt und ja, ich sag mal so zwei, drei Merge-Artikel kauft oder mal eine Agentur bezahlt, dann ist das Geld auch schneller weg, als man gucken kann. Ja. Und das bezahlst du jetzt dann über zehn Jahre zurück oder wie läuft sowas ab? Fünf Jahre. Erstes Jahr ist es tilgungsfrei und dann zahlt man das über vier Jahre ab. Ja. Okay, das ist interessant. Also ich recherchiere es mal und verlinke es dann. Wir haben auch… Hat jemand Interesse daran? Genau, wir haben auch natürlich einen guten, das war Anfang letzten Jahres, einen guten Zeitpunkt erwischt. Also wir haben da wirklich noch einen guten Zins ergattern können, bevor diese ganze Thematik da im Osten losging. Ja, da war es wahrscheinlich ein bisschen einfacher noch. Ja, absolut. Aber ich recherchiere es mal und verlinke es. Was machst du denn außerhalb noch von Mind Supply? Ich habe gesehen, du hast mit deinem Bruder auch einen Podcast angefangen und zwar Gründerbrüder heißt es, glaube ich. Genau, wir haben gemeinsam den Gründerbrüder-Podcast mittlerweile auch schon wieder ein paar Wochen am Start. Wie es dazu kam, ich würde sagen, es war immer so diese Schnapsidee, da reden wir auch immer drüber in unserem Podcast. Wir sind beide bei so einem Unternehmerfrühstück unterwegs und hatten letztes Jahr Weihnachtsfeier. Und ja, wir tauschen uns, also mein Bruder und ich tauschen uns immer wieder aus oder haben uns immer wieder ausgetauscht über Themen in unserem Business. Weil er hat sich selbstständig gemacht und ich habe mich selbstständig gemacht. So, und dann saß man am Tisch und dann haben wir, ja, wie hast du das gelöst? Wie hast du das gemacht? Und ach nee, schon wieder hier und die Herausforderung. Und irgendwann sagte einer am Tisch, ey, Leute, habt ihr nicht mal Bock, das aufzunehmen, weil das interessiert doch echt vielleicht mehrere Menschen. Und ja, und so ist die Idee entstanden zu diesem Gründerbrüder-Podcast. Wir erzählen in diesem Podcast halt unsere ganze Journey von der Ideenfindung bis irgendwann, ja, ich nenne es jetzt mal Exit oder ich weiß nicht, was so ein Ziel ist von uns Unternehmern oder von gut laufenden oder florierenden Geschäft. Aber wir fanden es halt einfach sehr, sehr spannend, dass wir gleichzeitig gegründet haben als Brüder mit zwei völlig unterschiedlichen Ideen. Was macht dein Bruder genau? Er hat die erste branchenübergreifende Buchungs-App entwickelt. Das heißt, man kennt vielleicht eine App, da kann ich meinen Tisch reservieren im Restaurant oder meinen Friseurtermin buchen. Aber es gab halt nie eine Lösung, wo ich wirklich, oder eine Plattform, wo ich alles buchen kann. Mein Massagetermin, mein Friseurtermin, mein Restaurantbesuch. Und das haben die mit Smaboo gemacht. Die haben eine App entwickelt und dort können sich die Einzelhändler anschließen. Und ja, das ganze Termin buchen, digitalisieren. Oder das Terminbuch digitalisieren. Und für mich als Kunde ist der Vorteil, dass ich nur eine App habe. Und da kann ich dann alles mögliche hier drin buchen sozusagen. Ja genau, also ich, gerade wenn ich in der Großstadt bin, kann ich ja in die App schauen und gucken, hey, wo ist was frei, wo kann ich mich spontan hinzubuchen. Die haben immer noch so einen sozialen Aspekt. Das heißt, ich kann gucken, wo jetzt mein Freund im Nachbardorf sich gerade irgendwie eingebucht hat und man kann sich dann dazu buchen. Genau, also für den Endkunden ist es natürlich komplett kostenlos. Und er kann dann, ja, einfach in die App schauen und für sich den, ich sag mal, diesen, ich kenn's auch von mir, die zum Hörer greifen und irgendwo anrufen, ist für mich teilweise eine Riesenüberwindung. Und genau, und die App, die nimmt das dann für einen ab. Okay, wie viele Folgen habt ihr von dem Podcast schon aufgenommen? Ich verlinke ihn auf jeden Fall dann. Ja, super. Vielen Dank dafür schon mal. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei der achten oder neunten Folge und auch da wirklich super Resonanz. Also das haben wir auch komplett unterschätzt. Und wer weiß, wo die Reise mit den Gründerbrüdern hingeht. Ich meine, noch ist es nur ein Podcast. Wer weiß, was da noch kommt. Da kann man einiges drum rum bauen, hab schon verstanden. Und das Format ist aber aktuell, seid ihr zu zweit, ihr interviewt niemanden, sondern ihr erzählt von euren, ihr habt ein Thema und dann erzählt ihr eure Erfahrungen und Empfehlungen dann zu einem Thema. Ja, fast. Also wir erzählen halt, wie eben schon gesagt, diese Journey. Was mache ich mit Ideen, die ich auf dem Sofa habe? Dann reden Christoph und ich darüber. Aber wir laden zu jedem Thema auch nochmal einen Gast ein. Das heißt, erstes Thema sprechen wir über die Ideenfindung alleine, danach laden wir einen Gast ein. Dann haben wir das Thema Businessplan. Da reden Christoph und ich dann einzeln drüber. Und in der nächsten Folge kommt wieder ein Gast, also ein Experte, der was dazu zu sagen hat. Weil ich meine, wir haben zwei Businesses, die wir auch gerade starten. Und wir können was dazu erzählen. Aber dann kommt immer nochmal einer, der vielleicht weiter ist als wir, aber der dazu wirklich nochmal explizit was zu sagen hat. Ja, klingt spannend. Also ich höre auf jeden Fall auch mal rein. Bin gespannt. Habt ihr da jede Woche eine Folge? Aktuell haben wir einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Einfach um zu schauen, wie, ja, neben unseren Jobs, wie viel Zeit bleibt da noch für andere Dinge. Und genau, alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Aber wir haben jetzt schon festgestellt, wir haben so viel zu erzählen und so viele potenzielle Gäste. Vielleicht kommt auch da noch mehr von uns. Ja, bin sehr gespannt. Was hast du jetzt, jetzt bist du 32, was hast du denn sonst noch alles versucht in deinem Gründerleben, neben deinem Hauptjob früher? Oder war mein Zubleib tatsächlich dann die erste Idee, die du hattest und die du umgesetzt hast? Das ist, ich glaube, die erste richtige Idee, die ich umgesetzt habe. Also ich hatte schon immer, auch schon als Kind, irgendwie diesen Drang, irgendwas zu machen und zu unternehmen. Ich meine, da kommt das Wort wahrscheinlich auch Unternehmertum her. Aber ich fand es schon immer toll, Sachen irgendwie bei Ebay reinzustellen, irgendwas zu kaufen und zu verkaufen. Also ich finde es auch toll, irgendwie an alten Autos rumzubasteln. Ich habe so meinen Oldtimer, das macht mir Spaß. Aber auch da hat mir immer Spaß gemacht, Ersatzteile irgendwie zu kaufen, zu polieren und wieder weiter zu verkaufen. Ich habe das nie im großen Stil gemacht. Ich habe jetzt auch nie gedacht, da irgendwie ein riesen Business draus zuzudrehen. Aber ist klar, wenn man so nicht schafft, so sein Taschengeld aufzubessern, ja, ich habe immer noch mal eine kleine Halle, wo ich dann so Sachen machen kann. Aber tatsächlich so mit Mind Supply war oder ist so mein erstes richtiges Baby, was ich ja auch ernsthaft nachgehe. Ich habe gesehen, du hast auf LinkedIn auch einen Artikel, eine Huldigung auf das gute alte Notizbuch geschrieben. Den Artikel verlinke ich dann auch oder den Post. Liegt auch wieder neben mir hier auf dem Tisch, ja. Kommt als nächstes dann ein spezielles Notizbuch noch unter einem anderen Brand. Ich wollte gerade sagen, also auch das Thema Mind Supply, das ist, die Supplements sind ja vielleicht nur der erste Schritt, den Menschen zu helfen mit vernünftiger Nahrungsergänzung. Aber vielleicht, ja, vielleicht kommt auch irgendwann das Mind Supply Notizbuch oder wer weiß es schon. Die Ideen sind da. Die Ideen sind da, aber du magst nicht drüber reden. Ja, ich meine, das Notizbuch war schon ein erster guter Punkt. Okay, bin gespannt. Neben dem Notizbuch-Posting habe ich noch einen Post zum Thema 1,5 Jahre oder eineinhalb Jahre ohne Urlaub gefunden. Jetzt sind wir schon bei den Vor- und Nachteilen von Bootstrapping. Aber warst du jetzt inzwischen im Urlaub? Ja, der Post ist auch nicht ganz richtig. Es waren, glaube ich, zwei Jahre. Tatsächlich. Macht nicht besser. Und nein, leider noch nicht. Ich arbeite daran. Genau, du hast es schon gesagt, Thema Bootstrapping. Es ist halt leider kein Investor da gewesen, der jetzt sagt, hier hast du Geld, stell mal ein paar Mitarbeiter ein. Das ist wahrscheinlich die Kehrseite der Medaille. Aber doch, ich war drei Tage mal weg Anfang des Jahres. Diese Kurztrips, darum geht es ja auch so ein bisschen im Artikel, einfach mal sich zwei, drei Tage Bewusstsein zu nehmen, also ein Handy auszumachen, weglegen und so ein bisschen den Kopf resetten. Und das hilft mir schon, da runterzufahren. Aber doch, ich sehe nämlich langsam mal wieder nach so zwei, drei Wochen einfach mal weg, Handy aus, irgendwo hin. Weil, ich habe ja auch komplett in dieser Corona-Zeit gegründet, ne? Und wenn man dann aus seinem Festangestelltenverhältnis rausgeht, wo man so seinen jeden Tag den Austausch mit seinen Kollegen hat, man fährt ins Office, ne? Man trifft auf dem Flur jeden Tag irgendwelche Leute, aber dann von heute auf morgen komplett alleine zu Hause sitzt und dann auch noch Corona kommt und überhaupt mit gar keinem mehr zu tun hat. Ich sage mal so, ich kann Urlaub durchaus gebrauchen. Aber dafür habe ich auch meine kleinen Helferchen, die ich entwickelt habe, die mir dabei helfen, diese Zeit zu überstehen, ja. Jetzt bist du ja wahrscheinlich nicht ohne Grund auf das Thema meint zu bleiben gekommen, du hast es am Anfang ein bisschen angesprochen. Was für Herausforderungen siehst du denn neben dem Gründerstress dann noch in dem Bootstrapping-Modell? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also es ist die Zeit richtig einzuteilen und wirklich für sich herauszufinden, wo ich meine Zeit und mein Geld investiere. Weil am Anfang, man hat irgendwie, man spricht ja immer von diesem Learning eines Unternehmers, aber das ist halt irgendwie wirklich so. Man versucht irgendwie auf jede Baustelle, auf jeder Veranstaltung rumzutanzen, aber es geht irgendwann nicht mehr. Und ja, das Budget so einzusetzen, nachhaltig einzusetzen und die Zeit nachhaltig einzusetzen, das war für mich so das Schwierigste. Weil gerade am Anfang, man lernt viele Kontakte kennen, viele Veranstaltungen und nachher, lass mal hier, lass mal auf das treffen, lass uns mal hier netzwerken, lass uns doch mal zum Essen verabreden. Und auch irgendwann abzuwägen, also das klingt jetzt hart, aber bringt mir das jetzt was? Oder ist das wirklich nur wieder der Kaffee und sich kennenlernen und netzwerken? Weil der Tag hat halt nur 24 Stunden und ich, meine ich liebe es zu netzwerken, ich liebe es Leute kennenzulernen, ich würde mich mein Liebes mit jedem unterhalten. Aber irgendwann muss man auch irgendwann sagen, hey, sorry, ich habe einfach keine Zeit, ich muss mal Sachen abarbeiten und mal wirklich mir harte Blöcke setzen, damit ich vorwärts komme. Ja, und das Thema Budget, also mit wenig Geld auskommen und das Maximum erreichen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Jetzt machst du das Modell ja aber trotzdem schon eine Weile. Von daher überwiegen für dich ja auch die Vorteile offensichtlich. Welche sind für dich denn so ein paar Vorteile, die jetzt in den letzten Jahren dann herausgestochen haben? Dieses organische Wachsen ist es, glaube ich. Und mit der Verantwortung umzugehen. Wenn jetzt jemand kommt oder damals jemand gekommen wäre, hier hast du, weiß ich nicht, so ein X und man hat auch ganz, ganz einfach einen anderen Druck. Ich glaube, das ist so der größte Punkt, dass man sein eigener Chef ist und da jetzt nicht noch jemanden im Nacken hat, der irgendwie einen lenken will. Und da bin ich auch dankbar, dass es bis jetzt gut geklappt hat und wir den Weg alleine gehen konnten. Also du hattest ja, glaube ich, initial angesprochen gehabt, dass du das noch mit einem Kollegen oder Freund zusammen entwickelt hast, aber gegründet hast du es dann alleine oder ist er noch mit an Bord? Genau das Thema haben wir in unserer letzten Folge diskutiert und in unserer letzten Podcast-Folge. Wir haben zusammen gegründet, aber wie das halt manchmal so ist im Leben, also wir sind zwei Freunde, wir sind auch immer noch befreundet. Ja, am Anfang war auch dieser Spirit, wir gründen zusammen, Mensch, tolle Idee, man entwickelt das Branding, man erschafft da so einen Shop, die Produkte. Aber irgendwann kamen familiäre Sachen dazwischen, Haus, Kind, Familie und ja, da passte der Weg des Unternehmers nicht mehr für ihn da rein, was auch vollkommen verständlich ist. Also ich sehe auch jetzt, dass ich in meiner ganzen Journey, die ich hier durchmache, ja, es bleibt teilweise nicht mehr so viel Zeit für Freunde und Familie. Das ist einfach leider so und da kann ich es auch voll nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, hey, ich möchte erstmal einen anderen Weg gehen mit der Familie und das verstehe ich. Ja, und dann ist er halt jetzt rausgegangen und ich gehe den Weg alleine weiter. Ist er dann noch als Gesellschafter beteiligt oder hast du ihm dann seine Anteile abgekauft? Er ist noch zum kleinen Teil noch beteiligt, ja. Okay, dann hat er ja auch noch Motivation, dir Feedback zu liefern und das Produkt besser zu machen. Ja klar, also wir sind auch noch im Austausch. Wie gesagt, ist alles gut, aber er ist jetzt nicht mehr operativ dabei, ne. Aber wir tauschen uns aus, wir reden miteinander und klar, das machen wir immer noch. Was hast du denn für Ziele für dieses Jahr, jetzt außer endlich in den Urlaub gehen? Gibt es neue Produkte, jetzt im gleichen Umfeld dann Supplements oder gibt es tatsächlich noch das Notizbuch oder irgendein anderes Produkt? Kannst du irgendwas teasern? Also mein Hauptziel für dieses Jahr ist natürlich mein Urlaub tatsächlich, aber es wird auch ein neues Produkt kommen. Es wird auch wieder in dem Bereich bleiben. Es ist, ja, weil wir da jetzt auch die Erfahrung sammeln konnten und weil wir da jetzt ja auch bei der Vermarktung jetzt mehr Erfahrung haben, als wenn wir jetzt wieder mit was ganz anderem loslegen. Aber vielleicht schaffen wir es auch noch mit dem Notizbuch dieses Jahr, wer weiß das schon. Ich bin gespannt. Ja, kannst du sein, aber der Urlaub ist erst mal im Fokus und ja, da werden spannende Produkte kommen. Also der Ideenzettel ist sehr, sehr lang. Da sind wir wieder mit dem Thema Bootstrapping. Also um die Ideen alle umzusetzen, wäre natürlich jetzt ein großer Batzen Geld ganz sehr hilfreich. Aber da müssen wir Step by Step vorgehen. Jetzt frage ich mich aber trotzdem noch, du hast ja jetzt die Firma eigentlich schon so und generell der Shop ist ein Shopify Shop. Du hast Amazon FBA, du kannst eigentlich alles digital machen. Spricht doch jetzt eigentlich nichts dagegen. Also hast du tatsächlich jeden Tag so viel Tagesgeschäft und Sachen, wo du eingreifen musst, dass du dann, dass du das nicht von woanders auch machen könntest? Oder kannst du dann einfach auch nicht abschalten in dem Moment? Also ich habe die letzten Wochen tatsächlich viel darauf ausgelegt, dass ich jetzt mich auch hier rausziehen kann. Das ist auch mein Ziel. Gut, jetzt habe ich auch einen Hund, der muss verpflegt werden und den kann ich nicht einfach in den Flieger packen. Aber genau das ist das mittelfristige Ziel. Also dass ich jetzt einfach mich jetzt mal rausnehmen kann und remote arbeiten kann, dass ich jetzt einen Fulfillment-Dienstleister an der Hand habe, der dir die Produkte verschickt. Und dass es dann erstmal egal ist, wo ich sitze. Das sollte schon das mittelfristige Ziel sein, ja. Cool. Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für dieses Jahr. Vielen Dank. Für den Launch der neuen Produkte und dass es klappt mit dem Urlaub. Das ist ja auch schon wichtig. Ja, da bin ich optimistisch. Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr gerne. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Und das war es auch schon wieder mit Folge 19. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Schick mir gerne Feedback, Vorschläge für neue Gäste oder sonstige Themen an hallo at happy-bootstrapping.de. In der nächsten Woche spreche ich mit Jochen Krisch, dem E-Commerce 1000 Sasa, den du vielleicht von Exciting Commerce kennst. Bin schon sehr gespannt. Abonnier einfach den Podcast, dann bekommst du ihn direkt in deinem Player und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.